Okay, das sollte da mit Angriffen... Nein, den. Das sollte durch Angriffe möglich sein. So, let's... Wenn wirklich zu viel werden, würde ich den Käfer rausschneiden. Das sollte ja kein Problem darstellen, weil... Das Spiel besteht halt. Also, wenn man... Nein, muss ich das ausdrücken. Ah, ein weiterer Foe. Aber bevor wir uns jetzt zu dem begeben... Kann nicht Items fähig können, weil ich mit Tyraelis vorheile. Ja, die Mala wird dann nicht so oft verwendet, außer dafür verschanzen. Hm, das sollte aber erstmal reichen. Wo wollen wir jetzt eben noch die Ecke hier? Nichts. Es gibt übrigens zwei verschiedene Foe's auf dieser Ebene. Einmal... Ah, das ist ein Puyata. Puh, ich glaub, die machen noch ein wenig mehr Schaden. Nein, ich fahre auch verschanzen, damit du auch keinen Schaden kriegst. Mal ein Eis, obwohl ich heute lieber mal die ersten Runden noch mit Grain blocken, bis ich wirklich Schutz drin habe. Fähigkeitsschutz... Neunzehn, naja. Immer mehr ist verbotisch. 35 ohne zu blocken, das ist ja erträglich. Trotzdem, wenn... Gut, ihr könnt ja... Ihr könnt aber mehr machen, das ist zu gefährlich. Fähigkeit heilen. Fähigkeit aus Dauer. 44. Puh... Mit ihm werde ich erstmal blocken. Dann... 36. Irgendwie nicht mehr. Nein, nein. Fähigkeiten in Zupost... Ach nee, du blockst lieber erstmal. Eis. Und... Nein, nicht sie, sondern ihn. Du kannst nachzaubern. 28, das geht ja. 14, Mann. Äh... Angriff... Nein, du kannst auch angreifen. Ne. Entzug. So, Angriff. Eis. Du halt sie. Und du greifst an. Ei, 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 ei. Können hoffen, dass wir nicht irgendwas lassen, wir nicht irgendwann gekritet werden, aber sonst... 61. Puh. Das lohnt sich ja richtig. Ach nee, Moral fehlt noch ein bisschen. Flapier hast du noch? Nein, da heilte ich einfach mal eine Hunde selber. Ich werde vielleicht so mit Moral und den Entzug gleich fertig machen können. Na, trotz Heilung. 43. Aber... Immer noch genug Appi für einen weiteren Angriff. Gut, dann kannst du dir jetzt... Immer noch keine Moral folgen. Wie viel hast du denn, bitteschön? Ach, steht hier nicht. Egal. Du greifst an. Reifst auch an. Nee, ich sollte die doch wieder anzucken lassen. 35. Ja, mit dem ganzen Buff von Baden ist das echt erträglich von den ganzen AP und allem. Das war's, gut. 29 AP geheilt. Weitere 60 AP für alle. Ich denke, wir werden auch hier erstmal einen kleinen Schnitten machen. Obwohl, nein. Ich mach das nachher. Danach träge ich mit dem Zusammenschneiden. Ach ja, was ich noch wählen wollte, meine Audacity ist von abgestürt, beim allerersten Teil. Allerdings gibt's da ein schickes Tool, mit dem man die Dateien, die man verloren hat, wieder retten kann. was ich dann benutzen konnte, um das Schlimmste zu verhindern. Nein, das weiß ich. Nein. Falsches Ziel. Aber, was soll's. Ja, mit dem Level ist das Schrauburg wirklich erträglich. Mit Level 10 oder 9, wenn man nach dem, wie man's nimmt. Alle auf den, nein, nicht auf den, auf den Fall, der genau der. Wenn ich das Pech habe, könnte ich davon verrecken, aber das hofft man doch mal nicht. No. Was? Nebst du auch noch? Jetzt bist du aber down. Äh, äh. Gut, wenn ich schon mal dabei bin, kann ich, ich weiß gar nicht, wie viel Punkt ich noch übrig habe. Anpassen. Ein. Na, Angriff. Moral hoch ist verfügbar. Versteckte Leidenschaften macht nur Moral. Passiv. Kann man nicht eventuell mal verteilen. KP. Ne, brauchst du nicht. Genau, wenn ich Abwehr hoch packe, kann ich Purschen noch leer, oder? Genau, Abwehr hoch 5 brauchen. Also, in 3 Level kann ich dann so meine Kampfzeit verringern. Abwehr hilft dir auch dir ein bisschen mit. Gwain, du kannst plündern lernen, mehr Kampfbeute, werde ich aber nicht brauchen. Wenn ich gefrieren lernen wollte, müsste ich Eis auf 3 bringen. Oh, so viel Mahn hast du gar nicht, dass du nutzen wolltest. TP würde ich noch weiter erhöhen. Korti in 3 Level. aufbauen, reicht auf 1. Ich wollte Salbe lernen, ne? Nächstes Level können wir das auch. Kaliope, du hast Ausdauer gelernt, oder? Dann lernst du jetzt noch etwas weiter die Gesangskunst. Hab ich alles verteilt. heilen wir noch schnell mit dir einmal. Und das muss dann mal reichen. Hoffentlich komme ich hier noch ohne groß TP-Verbrauch. weiter oder durch. Boah, was ist das für ein Weg. Eine alte Kiste. Wollte sie öffnen, hat Elixier halt. Na, Elixier zu wiederbelegen. Ne, Katarrophen aufsgehen, was ich mir echt angewöhnt. Obwohl, ich kann ja werden, das Kampf ist. Das gewinnt. Das gewinnt. Äh, nein. Hier, Entzug. Angriff. Der Rest ist ja ungefährlich. Der Wald fällt da rein, bitte. Äh... Quote... 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 Entzug... 40... Ach, die haben halt 42 oder sowas. Mach scheiß auf. Ah, wie seht ihr die Millimeter da? So. Äh... Da-da-da! Ich kann euch auch freuen, Starboard 2 ist zumindest aktuell nicht zu vollen Teilen erreichbar, weil es eine Tür gibt, die wir noch nicht durchqueren können. Das ist eine von diesen Kristalltüren. Wenn ich das mal so im Vorauss sagen darf. Naaah... Liebe Leute, dann wie ich den Teuf siehst. Könnt ihr ruhig länger halten. Huuuuhh... Ist aber manche spätere Lillen, ähm... gedacht, darum ist es doch so teuer. Mh... Wenn wir jetzt Gerage schütteln, dann hau ich irgendwen. Nein, du bist artig. Äh... Äh... 41 habt ihr mal gesehen. 41 haben wir gesehen. Äh... 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 Hier... Ja... Ich würde die Tür noch heilen müssen. Sonst wird halt hier nix mehr. Äh... Ach du... Fuck. Ah... Blocken bringt jetzt grad nix. Alles... Ruf... Ich krieg mir voll... Gefolgt kurz. Äh... Ja... Ja... Haben wir. Bling... Wildleder... Wer braucht das schon? Äh... Wenn die Lampe jetzt ruf wird, dann werde ich mal Silberleuten aktivieren, weil ich... Ah ne, ich könnte meine Medizin versemmeln. Die kostet ja eh nix. So... Hm... Ich hab halt nun... Ach... Schon wieder so viel davon. Okay... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann jetzt mal hin. Ich kann jetzt mal hin. Du musst... Klatsch... Jetzt haben wir ein Problem... 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 Dann könnte die Tüger heute mal zu Höpeln mal treffen. Nein... Hehehehe... Hehehehe... Hehehe... 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 Das ist ja auch nicht mehr... Äh... Wie bekomme ich jetzt Platten da ungerass... Grin stirbt... Vermutlich gar nicht... aber... das ist ja ... das ist ja mir noch rumgestellt. Ja... Das war's... Und das war's für Grin... Egal, er hätte eh keine meine Mäder, so bringt er mir momentan ja nicht viel als Alchemist. Ja, ich meine, ich kann ihn ja auch nachher wieder beleben. Wo geht's denn hier jetzt schon wieder hin? Meine Fresse. Ich glaube, war ich schon entdeckt. Ah, ist mir sogar gleich fertig, wenn mein oberen Tag weglässt. Komm, Items, Silberleuten, anbinden. Ich meine, ich kann davon auch so viel sammeln, dass die reichen. Für das Stockwerk und alles. Wie bitte? Hin... Ah, okay. Das ist ein Witz, oder? Das ist ein Witz. Aber ich find hier nicht los.